Okay, und damit ein wunderschönes Momentum, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein. Sind you, oder? Ich hab mal kurz ne Aufnahmepause gemacht. Jetzt bin ich wieder da. Aufnahmepause, mit Aufnahmepause, meine ich natürlich, ich hab geschlafen. Und wir haben jetzt den nächsten Tag der Aufnahme... Alter, ich hab das Spiel ja fast komplett in, ähm, zwei, drei, nee, drei Tage durchgespielt. Cool. Ähm, muss ich hier durch? Oh, was? Achso, okay, ich muss, achso, ich muss halt jetzt raus, nicht wahr? Oh! Und jetzt? Okay. Vorsicht auf dem Weg zur Kanone. Wir machen schnelle Fahrt und die Strömung dürfte ziemlich stark sein. Okay. Ich komm auf jeden Fall ganz langsam voran. Jetzt geht's wieder. Ja. Tf, was war das? Warum konnte ich auf einmal schneller und davor nicht? Ja, go. Sekunde, Cap. Mache das Geschöpf bereit. Wir kommen leer. 200 Meter. 100 Meter. Okay. Okay. Okay, wir sind auch im Boot jetzt. Boah! Boah, was ist denn? Alter! Feuer! 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 Das war's. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll Abgesehen davon, dass ich diese Kugel echt scheiße geil finde Weil ich nur nicht verstehe, warum die Kabel nicht nach hier hinten noch gekommen sind Wie sind wir eigentlich hergekommen? Wo ist unser U-Boot eigentlich? Ich frage ja nur Oh, komm schon Randa, nice Wisst ihr, was ich mich frage? Warum war eigentlich in der Hülle der Dati-Shoot? Nur einen Anzug, einer von diesen goldenen Anzügen und nicht noch mehr Ich werde auf jeden Fall daran denken Scharfschutzgewehr? Okay Ich habe meine ganzen Waffen dabei Und ich habe zwei Wurfmesser Nice Akimo, Scharfschutzgewehr Kann man, denke ich, mal machen Ja, warte kurz, ich hole mal kurz den Stift und den Zettel Und schreibe mal kurz Geschichte auf den Zettel Oh, Alter, hast du mir erschrocken Wo kam das hier auf einmal her? Ich weiß nicht warum, aber sowas hätte ich gerne Ich finde das gerade echt mega stylisch Also muss ich jetzt wirklich sagen, ich finde das echt geil aus Diese Figuren sehen echt geil aus Ein Herz Ein Herz, ein Wille Das Blak sieht auch sehr cool aus Ich mag dieses schwarz-rote Kombo Oh, so Give me a second Give me a second Brass Ich mache gleich zu much Much Bang, bang, puff, pump, rum, bang Oh nein, warte mal, ich gebe das lieber auf Ich mache mal kurz erst mal Der muckt hier auf. Nehmen wir mal kurz hier. Oh, bitte. Boom. Da ist er geplatzt. Da ist er geplatzt. Oh. Alter, wie viele sind denn hier? Oh. Geben wir mal kurz eine Sekunde. Jetzt habe ich nur noch fünf Kugeln. Nehme ich mal was anderes. Guten Tag. Ähm, wir nehmen mal lieber Hitman. Peng, 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 peng. Ja, das war ja hier die Akku. Oh, oh. Okay, jetzt kann ich hiermit wieder ein bisschen schießen. Ach, du Kacke. Okay, hier sind viele Gegner. Wie mache ich den da hinten jetzt weg? Wollen wir mal hier, wechsle ich mal auf diese Kugeln? Ich schlage ihn jetzt mal mit seinen eigenen scheiß Dreckswaffen. Ne, das war doch mal das Granatwerfertyp. Oh. Das war ein Typ mit Granatwerfer. Digga, ich habe Raketenwerfer, meine ich natürlich. Granatwerfer war was anderes. Granatwerfer war ja sowieso, ping, wenn die so ballistisch fliegen, die Dinger. Alter. Mother Warfare, zwei Granatwerfer. Haben die mich eigentlich schon gesehen? Lass dir nicht in die Basis! Naja, hier. Bitch. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ich habe hier noch eine Granate am Stissel irgendwo da, bei dir. Was? Ich habe gerade eine geworfen. Naja, scheiß drauf. Lass uns mal ganz kurz nach, dann benutzen wir mal ein bisschen, äh... Ja, das hast du gut erkannt, bruh. Ja, für gesündetze ich euch, benutze ich nicht meine Raketenwerfer. Na, wo ist der? Ach gut, der ist geplatzt. Nice. Das erkenne ich an ihm ein bisschen Blut, was hier ist. Andauernd. Okay. Kann ich auch kurz nach nach. Boah! Ähm... Bam, 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 bang, bang, bang. Alter, leck mich! Jetzt machen wir mal ganz kurz, ähm... So. Machen wir wieder die altbewährte Taktik. Einmal hier die Munition, auf der anderen Seite an die andere Munition. Bam! Bam! Boah! Jetzt ist er wieder da? Bei ihm weiß ich ja, dass er ein bisschen heavier ist als die andere N. Oh. Wir kommen hier hinten lang. Nice. Boah! Scheiße! Da hat er... Boah! Okay. Ich glaube, ich habe da noch ein Medikit liegen. Scheiße! Fuck, Alter, du warst der Letzte! Scheiße, da war noch ein einziger am Leben. Oh, fuck. Fuck! Äh, naja. Ist ja nicht so schlimm. Den mache ich auch noch easy weg. Easy? Der hat ja wohl geile Laune, finde ich. Normalerweise bin ich immer angepisst, wenn ich verliere. Richtig angepisst. Sehr doll angepisst. Ich mache jetzt mal so mit einer Hand. Boah! Dann ist er schon mal weg. Spare ich mich mal ein bisschen Munition und ballere nicht rum mit Akimbo wie bescheuert, hä? Weil das fuckt mich auch immer so ein bisschen ab. Aber ich verballere immer Akimbo und die ganze Munition. Und ich meine, Akimbo ist geil. Ich meine, es gibt viel zu selten Spiele, wo es wirklich Akimbo-Waffen gibt. Dicke. Okay, aber von da kommt immer noch so ein fetter Typ mit einem Raketenwerfer. Auf den warte ich noch ein bisschen. Oh, was sollt ihr denn hier alle? Hm? Dich? Jetzt hab ich dich. Okay. Na, scheiße, muss ich ja nachhören. Wo ist der Fette? Wo bleibt der? Ich warte so ein bisschen auf ihn gerade. Wer hat nicht natürlich seine Kollegen unten auf den Baller? Da ist er! Auf dich hab ich gewartet, brah. Auf dich hab ich gewartet. Okay, ich find's gut, dass er so eine Taschenlampe auf dem Kopf hat. Da siehst du genau, wo er steht. Oh! Piss dich! Piss dich! Schieß nicht auf mich, Bitch! Oh, Schwein gehabt. Oh, hab ich Schwein gehabt, dass er nicht abgedrückt hat. Mit seiner scheiß Munition drückt er richtig Damage. Happy Birthday! Sag das den anderen Typen, die ich schon erschossen habe. Bitch! So, jetzt erst mal looten. Jetzt erst mal richtig schön looten. Na, guck mal, hier liegen noch so ein 30, so ein 80 Ding, den hab ich gar nicht aufgesammelt. Weil, hab ich nicht gebraucht, weil ich so gut war, diese Runde. Dieses Mal hab ich echt gut gemacht. Könnt ich die Helden mal aufsammeln? Ja, nice! Stimmt, ja, die kommt man ja aufsammeln. Oh, Raketen. Raketen! Was haben wir hier noch? Schrott-Munition. Hä, damit. Noch mehr? Hm. Kann ich jetzt... Ach, man, ich brauch immer noch ein bisschen Munition für mein Gewehr. Nice, das kann ich wieder nachhören. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, looten wir mal den ganzen Scheiß durch, den wir hier erschossen haben. Bäm, 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 bäm. Oh, nice, Helamit, Helamit. Jo, dankeschön. Dankeschön, dankeschön, dass wir den 200, äh, Leben hatten wir schon gehabt, ne? Das hatten wir, glaub ich, schon gehabt. Scheiß drauf, ich nehm das auch mal mit hier, was hier noch war. Ah, ne, was war denn weiter? Das denk ich mal, das hatten wir schon, ne? Ja, hatten wir schon, top. Ansonsten hätte ich jetzt noch ein Trophäe bekommen. Oder? Ich warte noch mal kurz. Ah, okay, hatte ich schon. So, jetzt können wir alles aufsammeln. Das brauchen wir jetzt alles nicht mehr hier. Einfach mal easy überhielt auf 260 hoch. Jo, kann man denk ich mal machen. Woah! Dingle! Weißt du, die Blechbüchse? Ja, top. Rest in piss! Rest in fucking piss! Die Dinger brauchen wir eigentlich nur ne Granate, das war's. Ne Granate und Magazin, mehr brauchst du nicht. Oh, warte mal. Hab ich noch, äh, mein Tessergewehr aufgeladen? Ja, top. Wer hat mich gesehen? Ah, stimmt, ja, warte mal. Hab ich hier was gesehen? Ah, hab ich hier was gesehen? Ne. Ne, 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 ne. Brass, damit habt ihr nicht gerechnet. Boah! Dum, 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 dum. Bin jetzt hier runter. Wieder wechseln. Iiiiiiii. Total unauffällig. Fick dich. Boah! Der steht bei mir! die rein hier mal in die fresse okay das ist ein bisschen blödchen die ecke ist ein bisschen blöd gehen wir wieder zurück zur anderen positionswechsel immer in bewegung bleiben und lacht gentleman auch nichts mehr aber noch jetzt ist der matsch top man alter meine leben der hat mich schon wieder so richtig runter gedrückter typ ich mag den überhaupt nicht den mag ich noch viel 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 weniger der hier steht aber der ist mega nervig oh noch einer in kombination mit einem kumpel ist er noch viel viel nerviger aber in kombination mit meinem raketenwerfer ist er ein noob na komm her bra easy headshot joa kann man später gebrauchen denke ich mal aber weg damit ich mache jetzt erstmal looten 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 damit ich immer schon ein bisschen munition habe jetzt habe ich schon wieder das ding aufgesammelt weg damit so guck mal hier kugelsichere weste easy mach ich gleich erstmal weg damit weg damit und jetzt haben wir noch mehr hier oben hier oben war noch was zack wieder runter ich muss das ding glaube ich wieder aufladen ja machen wir mal kurz ein bisschen damit wir immer schön mit vollem magazine in den kampf reingehen ähm kann ich noch was nachladen ne ne oh man ich bin ja so richtig am arsch scheiße da komm ich nicht rein hä was haben wir denn die überhaupt ach damit machen wir die tür hier auf ah nice nice ich hab mich schon gewundert was soll ich denn hier bei den platten machen hat mich schon voll gewundert oh leck mich leck mich leck mich lecko mio am arsch weil was hätte kommen können ausgleich nicht du ne bollasch hm ja nehmen wir mit so jetzt wieder rum wechseln so wo ist er boah da ist einer bitte geht doch oh stimmt doch du warst ja auch noch da scheiße ich hab keine granaten mehr fuck wie soll ich denn jetzt hinter den kommen hier wir wir das hat